Bittiii Woffen! Danke! Ja genau Digga! Bittiii Bittii Das war's. Nein, du Scheißhäckse. Kommt raus und zeigt euch. Ich will mich nicht zeigen, also zeigt euch. Ich will mich. Ich will alle weg. Ich probiere mal mit Double Pistol und der Waffe das zu spielen. Das ist praktisch. Okay. Ich nehme 1 Stunde mehr mit. Du bist ein weiter. Mini Danke. Ach. Du mal her. Wenn das irgendwann mit Zielfernrohr eigentlich ganz praktisch ist. So. Deswegen nehme ich das mit. Das ist ein bisschen praktisch. Oder sehr praktisch. So. Jetzt das hier abhauen. Hier war doch in der Nähe ein Einkaufswagen. Möchte gerne einkaufen. Bitte einen Einkaufswagen. Digga. Da liegt ja noch bester Loot ever. Weil die sich beide umgebracht haben. Krass. Aber bester Loot ever. Heavy. Schuh, Digga. Mad Kids. Was war das denn? Der lag einfach Loot for free, Digga. Geil. Der beste Loot for free. Das ist scheiß Llama. Digga. Das ist einfach Llama, Digga. Das Glück ist ja voll auf meiner Seite. Einfach ein Loot, der da einfach so liegt. Glück. Dann noch Llama. Glück. Todesglück. Ich hab nur ein Frieser. 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 Der frisst. Der baden. Oder mech. Aber das ist scheiß Item. Ein richtig schlechtes Item. Deswegen. Bam. 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 Bär. Bär, bär, bär. 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 Bär, 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 bär. ab wie der schufland stammgewehr mit zahlfangrad das zielfänger stammgewehr 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 heilige skaterwolle haben stammgewehr mit zahlfänger der einfach mal direkt schwere sniper am start okay dann muss ich so sein wie ninja hinter dem baum sein immer und immer und jetzt das machen ninjas ein ninja bam digga das machen ninjas das war ninja taktik digga ninja taktik das können fast nur ninjas das war taktik das nennt man taktik einfach scheiß platzieren bearbeiten und bam ist der gegner weg da ist da ist wieder jemand mit dem sniper weg damit weg mit der kacke weg damit das ist kacke weg damit danke danke dass das weg ist weil das so scheiße ist das auch kacke ist der typ der typ war der schlechteste spieler der welt ich konnte ihn einfach easy umbringen weil er so schlecht war ja wenn du ja nicht mal rechnest dass die man dich ansnipen wird ja dann selber schuld was haben die leute denn da gebaut was könnte das bedeuten dass er da was die leute hier bauen hat die insel ist jetzt schon hier geil das kann ja wo jetzt wo ja so kann ich hier bis die Sonne hier nicht mehr ist kann ich einfach hier chillen bruder w w du dw brudden my friends und im Bye-bye, my friend My friend Do you have pillow one? Do you have pillow one for me? Friends Grab long Er hat auch gesagt, ne, nicht mehr, weil das geht ja nicht Brother, come and brother, I'm you Ah Minis? Minis? Brauchst du Minis? Okay Wer ist das? Okay Tschüss, mein Freund Tschüss, Freund Ich hab doch etwas anderes zu tun Leider, Tschüss Ist das ein Disco-DJ? Das ist ein DJ DJ? Nein, das kann DJ Alter, Angriff Okay Ich hab dich Ich hab dich Das ist ein Dorn Dorn Ich hab dich Ich hab dich Ich hab dich Ich hab dich Jin Bombedeig. was ist das mein freund das ist nicht okay dann los gehts ja und ab scheiße gerade habe ich so oft einmal die scheiß taste gedrückt und hat nichts gemacht ja Ich weiß nicht, ich weiß nicht Die Sniper ist mein Bruder 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 Die Sniper ist mein Bruder Die Sniper ist mein Rold Guck, er geht direkt runter, okay? Ja, hier, Mann. Das ist meins, Budi. Du kannst es nicht. Die Leute heutzutage, die versuchen einfach, meine Sachen abzubauen, Digga. Was denkst du dir? Was denke ich mir auch dabei, diese Leute? Was denkst du? Ich muss da einfach nur klicken, Digga. Was? Alter, von wie vielen werde ich denn noch angegriffen? Oh mein Gott! Komm, ein Roller. Wow, Pussy. Einmal wieder klicken. Auf die Ball. Und los geht's. Weil er einfach ein Go ist. Weil er es bis jetzt nicht versteht, dass man einfach nur eine Taste klicken muss. Blödschädel, Blödschädel, Blödschädel. Blödschädel, komm runter. Blödschädel. 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 bin ich dann wohl in der Sohn, das heißt zu Bomben damit hier kein Geruch kommt Puh Diese fallen muss Komm da her Was denkt das ich denn wohl Digga? Ich muss doch einfach nur bauen Was meinst du? Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast über dem Sturm, Digga Ja, Baby! Ja, Baby! 12 Kills 12 Kills 12 Kills 1 Dee Sturm 2 6 So